Du, ich und alle 8 Milliarden Menschen auf der Welt tun es. Jeden Tag. Wir alle müssen auf die Toilette. Als Filmemacher, der sich mit Umweltthemen beschäftigt, bin ich neugierig geworden. Wo landen unsere Kackwürste eigentlich am Ende? Und was passiert mit den Schwermetallen und anderen Giftstoffen? Sind sie noch im Klärschlamm? Die Schlammung kam von sludspreading. Die CDC-Cd-Sendte uns an email, stating we were not to drink the water, drink the milk, or eat the meat. Poisoning our land will have a greater human toll. It comes down to money and politics. Using human manure is a solution. This proves it's possible to make shit into soil. It's already remarkable that this was just a few weeks ago. Fizzles are in abundance, which is actually being wasted up to now. Africa is going down if we don't adopt such ideas of the compost. Let's put the poop back into the loop. Let's start a toilet revolution. Ro ed hadn't put it here. In the U.S. La Tuola Brothers We're going to leave this room for don't look at it! слots